Inflation, Enteignung, Steuererhöhungen. Viele Menschen wissen nicht mehr, woher sie noch Geld nehmen sollen, um ihren Alltag überhaupt zu finanzieren. Sie sparen an allen Ecken und Enden. Dazu kommt die Angst vor Enteignung, die Angst davor, eine Wärmepumpe einbauen zu müssen, die von der EU ohnehin in naher Zukunft verboten wird. Was geben unsere Politiker dagegen wofür aus? Herzlich willkommen hier im Blickwinkel. Annalena Baerbock gibt 136.500 Euro für Styling aus. In einem Jahr, meine lieben Zuschauer. Bild berichtet zum Beispiel, dass die Kosten für Pudern, Schminken und Stylen seit dem Regierungswechsel 2021 rasant gestiegen seien. Vor allem für Annalena Baerbock muss tief in die Tasche gegriffen werden. Und zahlen tut es ja der Steuerzahler. 136.500 Euro für Annalena Baerbocks Maskenbildnerin wurden im vergangenen Jahr fällig. Die Summe setzt sich aus 7.500 pauschaler Vergütung plus Mehrwertsteuer und Nebenkosten zusammen. Die Innenministerin Nancy Faeser dagegen ist sehr sparsam. Sie kommen zwar auch noch auf 7.500 Euro im Jahr, aber mit Baerbock ist das natürlich nicht vergleichbar. Trotzdem sind das Perlen vor die Säu von uns Steuerzahlern. Dabei ist Make-up und Co. nicht reine Frauensache, wie wir inzwischen wissen. Denn unser Bundeskanzler beweist das. 40.000 Euro zahlt er an seine Visagisten und dazu kommen noch eine halbe Million für professionelle Bilder hinzu. Wenn wir bösartig wären, könnten wir behaupten, Olaf Scholz wäre eitel. Er setzt auf perfekte Schnappschüsse. Entschuldigt, meine lieben Zuschauer, habt ihr schon mal einen perfekten Schnappschuss von Olaf Scholz gesehen? Aber das nur am Rande. Vizekanzler und Wirtschaftsminister Robert Habeck gibt 83.000 Euro für Fotos aus. Und an seine Visagistin zahlt er noch mal 11.500 Euro. Medienberichten zufolge gibt Karl Lauterbach nur die Hälfte der Kosten von Jens Spahn für schicke Fotos aus. Alles in allem sind das Kosten, die jenseits von Gut und Böse sind. Spätestens jetzt müsste doch die breite Masse merken, dass sie Wasser predigen und Wein saufen. Während wir auf eine Deflation zusteuern, während eventuell ein Bankenrun bevorsteht, auch hier in Deutschland, lassen es unsere Volksvertreter so richtig krachen. Es ist so, als forderten sie uns heraus, uns zur Wehr zu setzen. Zumindest kommt es mir persönlich so vor. Aber die breite Masse schläft. Wenn diese Leute wenigstens einen guten Job machen würden, könnte man darüber hinwegsehen. Aber das tun sie nicht. Sie geben zusammengenommen sechsstellige Beträge dafür aus, dass sie gut in Szene gesetzt werden, was meines Erachtens eigentlich relativ selten gelingt, und verraten unterdessen ihr eigenes Volk, von dem sie sich, wohl bemerkt, bezahlen lassen. Wem das nicht auffällt, dem ist aus meiner Sicht nicht mehr zu helfen. Auch ich bin selbstständig. Ich arbeite als selbstständige Autorin, bezahle seit Jahren sehr viel Steuern. Und es geht auch nicht darum, dass ich keine Steuern bezahlen möchte. Aber es geht darum, dass ich dafür keine Steuern bezahlen möchte. Aus meiner Sicht ist es unser Recht, zu bestimmen, was mit unserem Geld gemacht wird. Und mit unserem Geld wollen wir weder Politiker schminken, noch ihnen die Haare stylen. Wir wollen auch keine Fotografen bezahlen, zumindest nicht in dieser unverschämten Höhe. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keine Waffenlobby und wir wollen auch keine Pharmalobby bezahlen. Menschen, die noch einigermaßen bei Verstand sind, wollen sich nicht selbst zerstören. Es gibt persönlichkeitsgestörte Menschen, die ihre Kraft daraus ziehen, wenn andere sie zerstören, wenn andere sie zersetzen, wenn andere sie dominieren. Aber ich bin sicher, meine lieben Zuschauer, wir gehören nicht dazu. Ich finde, dass damit Schluss sein muss. Was fehlt, ist ein runder Tisch, der aus der Mitte der Bürger besetzt sein sollte, um zu prüfen, wohin unsere Gelder gehen. Die Finanzamts-GmbHs, die tief in unsere Taschen greifen, verteilen das Geld, für welches wir hart gearbeitet haben, in Leute Hände, die sich dafür schminken lassen, die sich dafür kleiden lassen, die dafür in den Krieg ziehen wollen, die sich nicht verantworten müssen. Und das muss aufhören. Die Menschen müssen erfahren, was mit ihrem Geld passiert. Denn um Geld zu verdienen, musst du eine gewisse Lebenszeit dafür aufbringen. Und warum sollte jemand seine Lebenszeit verschwenden? Zumindest teilweise, weil ja viele Menschen tatsächlich leider einen Job machen, der sie absolut unglücklich macht. Aber sie meinen, da nicht herauszukommen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und wir alle zusammen können doch nicht gutheißen, dass unsere Volksvertreter damit Schindluder treiben. Solche Summen, die ich euch weiter vorne im Text vorgetragen habe, sind jenseits von Gut und Böse. Sie sind mit nichts zu rechtfertigen. Bitte teilt diesen Beitrag. Ich möchte, dass ganz viele Menschen darüber Bescheid wissen, damit wir uns zusammenfinden können. Diese Leistung, die unsere Volksvertreter hier für unser Land abliefern, ist derart überbezahlt, dass einem schwindlig wird. Eure entsetzte Angie Die Volksvertreter hier für unsere Volksvertreter hier für unsere Volksvertreter hier. Die Volksvertreter hier für unsere Volksvertreter hier für unsere Volksvertreter hier. Die Volksvertreter hier für unsere Volksvertreter hier für unsere Volksvertreter hier.